Geht und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Gott kommt in die Welt, wo ich meinen Blickwinkel verändere und Neues erkenne. Gott kommt in die Welt, wo wir aus der Ohnmacht durch die Pandemie wieder handlungsfähig werden. Gott kommt in die Welt, wo ich die Ausgegrenzten von heute vom Rand in die Mitte hole. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!